hier ist wieder am start und begrüßt euch zu einer runde lol zusammen mit dem größten lappen den ich kenne mit der jahr zurück ist ja eine krisse spaß die so und dann geht es auch schon los und ich muss unten lang naja da muss ich lang top 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 ja und ich bin nicht so das ist jetzt erst mal eine zweite runde wo ich gegen real life gegner spiel sind für mich immer gegen bots gespielt aber ich bin trotzdem nicht so heftig mal sehen wie es wird und du marius was ich wie läuft es bei dir so geht wie war schul oh shit wie war schul ja ja nicht was ferien lauf ich bin tot direkt tot warum gehst du raus ich habe mich versteckt bin in den nächsten bus gelaufen und man da so richtig viele typen drin in dem bus drin das war gar nicht geplant warum hast du dann nicht flash mir willst ich kam gar nicht weg dazu babu egal wird jetzt trotzdem laufen und ja ich bin gerade dabei nur eine mario party hochzulaufen also irgendwann wird hier so ein feld erscheinen mit ein movie mario party hochgeladen oder ihr film ist hochgeladen also nur dass ihr vorbereitet zeit kommen und zwar entgegen da nein in den bus star ja ich bin verplant von weg ich bin verlangsamt ist auf jeden fall stark ich habe das so lange nicht mehr gespielt eine woche aber ja muss erst mal wieder rein kommen in das spiel voll ungewohnt egal ist mal was anderes als mine kraft tja mal sehen aus dem tower ja bin dabei ihn anzugreifen bin aus dem tower raus ich geh wieder mit oh was schon wieder tot der eine typ ist richtig heftig mann ich hatte mein halbes leben er gibt mir irgendwie einen schlag ich bin tot super du fiedest ihn du darfst ihn nicht fieden ich hab keinen plan was fieden heißt ewig mir wird auch gerade krank viel abgezogen ich bin safe tot ja wahrscheinlich oder gegner getötet der typ ist einfach tot was für ein lappen mhm 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 soll mir da hinkommen wo es leuchtet ja in mir soll ich jetzt kommen oder nicht nein oh das ist ja ein lappen man die greifen unseren tower an ich bin immer verlangsamt das regt so auf mhm aber wo attacke ich hab dich jetzt einmal komm tot ich bin auch oh heiß du bist zu offensiv du darfst nicht so oft sterben wenn man sie hier gefühlt ist dann haben wir keine Chance da kann ich doch nichts für ich versuche sie zu töten sonst kommen sie an unserem tower ja sollen sie an deine tower kommen und stelle ich einfach in die tower rein ok du darfst nicht so offensiv spielen das ist wichtig dass das ein taktisches spiel ja sorry du model mein vater hat gerade voll gefurzt das sollst du doch nicht erzählen das war ein geeignis das war ein geeignis mhm ich töte sie jetzt ich töte sie jetzt ich bin ja auch weg aber ich oh alles fresh alles super duper alles super duper oh meine kütte ja gut ist auf jeden fall stark ich muss jetzt mein leben regenerieren damit ich wieder ein halbes leben habe das ist voll kräftig so alleine ich helfe dir weiger ich tue das ist auch aus wie so ein feller ich tue das ist auch aus wie so ein feller ich habe sie ja und ich bin low und muss jetzt zurück in die base rückruf du stirbst gegen versalen nein da war eben noch so ein typ ich sterbe nicht an versalen aber ich will trotzdem zurück ich kaufe einfach so viel wie ich will einfach alles nacheinander runter kaufen du hast empfohlen ne ja klar aber das ist ja eine komplette seite nein das ist ja nicht empfohlen aber das steht oben drüber empfohlen gut aber kauf dir das was du brauchst ich habe keinen plan ich kaufe immer alles wenn ich geld dafür habe und ich lauf da wieder hin ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme du siehst aus wie so ein versal du bist voll klein und springst wie so ein kleines mädchen nicht rein gehen nicht auf der tübe folgt alter das tue ich bin ich da oder was ja hier raus geh raus okay oh ja ganz schnell ganz schnell töten töten und der ist auch tot auf der ulti jetzt auch hast du deine ulti ne noch nicht also ich hätte sie machen können aber ich habe verplant irgendwie ich meine hast du sie schon nein also das meint mit insgesamt hast du denn er schon nein was denn er noch nicht das musst du das ist das wichtigste musst du immer abwählen mal die weg nächstes du hast du das hier alleine ja so halbwegs du hast du noch alles wort nehmen sonst stelle ich einfach in den tower du hast doch noch halbes leben ja ich will mir was kaufen ja gut es geht nicht nur nach leben sondern auch noch was kaufen kommen kommt schon alter ich bin richtig low bevor dass ich da war das gute ist wenn ich das jetzt hochlade du kannst sehen wie ich spiel du kannst sehen wie ich spiel und kann es dann mir sagen was ich besser machen soll ich habe ihn einfach bekommen den schlechten nur weil er durch die tor geraten ist und ich das einfach mein weh gemacht habe so ein spaßchen ein weh ich habe mein er noch nicht das soll ich mal abgesehen muss doch folge ich bin jetzt richtig krass gefühlt noch an drei kinder in den tower aus der sehen rein nicht zu offen sie kommt zurück wo bist du denn bist du doch gar nicht ach da bist du ein kleiner ampelmann okay jetzt habe ich mein er das war dann er nein mein er ist das nur bei spielern ok ja komm weg komm weg feilung also ist tot und weg aber doch geht auf den tor oder das master jee kommt weg er verfolgt mich nicht dich oh gott ist der bau mäßig ich habe ich selbst hier weg weg kriegst du die ja gut kommen noch ein hit ja ich komme nicht rein ich muss weg er kriegt ich nicht mehr gut ich gehe kurz in die base erste halbzeit ist zu ende beim fc san pauli gegen freiburg es steht null zu null hier sind wir blau oder rot wir sind blau oder dann führen wir mit 12 zu 8 da 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 tränke und augen ich habe keinen plan was das ist man ich kauf es einfach so ihr seht ich bin richtiger noob in dem spiel und ja mal sehen wie es wird oder 3 gegen 1 das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen wieso nicht wie ich so ein lab bin vertreibt die habe ich aber hier sind drei auf einmal die kriegte ich habe die gut gehe okay bei mir ist und vielleicht kommt wer kommt zum tower ja bin ich doch gut oder nicht ich habe beide wo sieht man die kills und dann welche zahl dann siehst du dass die erste die erste ist die zweite ist die dritte es ist 131 nicht so frisch aber gut ich wurde richtig hart verlangsam geben was deine ulti nein warum das schaffen wir nicht zu viel lauf weiter ich verstehe nicht nur ein bisschen lauf weiter oh lauf das war dann sein ulti ernsthaft die hat gar nicht so viel abgezogen weil sie nicht richtig getroffen hat das ist meine ulti dann bin ich so babo mäßig komm weg ich bin verlangsamt ich bin tot ich wollte gerade weg aber er hat mich verlangsamt terror teddy 6785 bester name wir haben einen turm zerstört gehört das hat sich sogar gereimt weil ich der boss bin weil ich der boss bin weil ich der boss bin sei mit dir bald kommt star wars in die kinos das ist das ist was das war so wo denn ich bin gleich da nein ich habe rastarchiv nicht gesehen was hat er dich ja er hat mich irgendwie mit vier schlägen hat er nur richtig gemacht ja ich auch alter ist der typ heftig mann hatte ich nur getötet man ja ich hatte auch nur ein klein strich die haben ein traum von uns kann ich mir das kann ich mir kaufen hallo kaufen danke da sind nicht gut aus ist nie gut aus bist du tot alter ein tower von uns wurde zerstört oder nicht so gut das master die aufpassen ist richtig da ist einer das ist ja sogar ja ich will ja nicht hin sonst versteckt er sich irgendwo nicht und gleich wieder tot lieber nicht ich komme weg ja 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 ich stecke mich hinweg alter aber ich habe einen von den getürfen getötet spaß dich schon weg wenn ich meine ulti macht kann ich fliegen das ist krass die gegner wird zum berserker ich habe keinen plan was das heißt wo sind jedoch ich habe noch extra eingesperrt würde ich und ich opfer mich für dich dankeschön ich bin noch gar nicht da ich meine ich rede gar mit dem anderen oh du redest mit dir selbst eigentlich dafür habe ich einen kill geopfert alter alter wie viele einfach hier sind okay haben wir so einen komischen clown wir müssen uns mehr holen die haben doch auch erst ein nein die haben schon zwei oh ja ne die haben sogar drei wir haben erst zwei okay du bist so ein bootment weißt du das auf den tauren holen wir uns ja ja jetzt ist kaputt ich habe sogar den turm zerstört krass du sagst das bringt null weil wir waschen hier durch jetzt werden in blut geboren komm da raus ich bin rumgelaufen ich bin safe tot ne noch nicht ja hä was ist denn schief bei dir ich bin tot komm schon nein extra leben yes verlangsame ich bin auch tot oh man ja alter naja jetzt ich war sogar weg und dann springte mit 3 gegen 2 das war eine falle für mich ich konnte nichts chill dein Leben oh man oh masai und ich haben genau die gerechte stats ja gut ich habe jetzt zwei kills gemacht 2 zu 6 zu 1 ja ah nicht ganz so fresh aber gut läuft noch drei sekunden ich warte auf dich du bist du ich stehe hier schon du dich nicht aber gut ach da ja warte komm mal kurz mit du willst ja was kaufen das sieht so lustig aus wenn deine Figur läuft ne jetzt könnte hä wieso so schnell ich habe mir extra Schuhe gekauft ja ich habe auch extra Schuhe aber wie kann ich die einsetzen Heimwacht du musst die Schuhe der Heimwacht kaufen ich habe so goldene Schuhe so gelbe ich habe keinen Plan was das ist so so hopp so alle tot dann nimmt es auch der auf gut weiter noch mal tot noch mal tot tot da ist ein Gegner pass auf da drinnen ok Achtung Masa Yilau ja nur noch drei Sekunden musst du durchhalten was alter ich schaff das wahrscheinlich auch nicht mehr nope da sieht nicht gut aus was ist denn das 2 zu 7 hä eben hatte ich noch 3 zu 6 was ist denn scheiß ja Masa Yilau ist gefiedelt das heißt ich habe noch nicht meine Chance jetzt oh man der ist echt krass der Typ ja wenn man mit ihm umgehen kann kannst du nicht ich habe Masa Yilau nicht spielen ich rasch mal durch die Mitte jetzt wieder hm 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 ich weiß nicht was die einmalig passiv durch normale Angriffe erledigt ich drück 3 aber nichts passiert egal alter das sieht so lustig aus wenn du läufst ich muss jetzt mal lachen dass wie so ein Lappen aussieht der 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 mein auf der der kommt und terror teddy und ich wurde verlangsamt alter ja ich bin tot überhaupt nichts man wenn ich da alleine bin er mal eine ulti ich bin noch bei einem strich ungefähr dann und überhaupt nichts der eine typ machte erstmal liegestütze auch krass drei würstchen mann marius heißt übrigens würstchen mann also wir auf uns jenen wurstchen mann klingt trotzdem scheiße die greifen hier jetzt und wenn ein tower an jetzt macht er mich aggressiv das war irgendwie ganz schmerkwürdig gerade weil wir gerade zwei auf einen sitz wirklich kein strich hatten und den dritten jetzt auch und da sind wir alle draufgegangen und die kd geht so unter das bisschen erst wir anfassen hast wirst du auch drauf ich habe gerade ein video geladen wird mir gerade geschickt also wird wahrscheinlich doch kein bild hier angezeigt irgendwie auch gut ich bin hier gerade richtig am durchwaschen und da kommt so ein magier ich bin gleich da bist du hier dich da kommt ich habe sie ich muss weg weil muss ich noch nicht ich muss weg ich muss weg ja gehen geben die deckung aber du musst auch weg lauf was der liebe kommt ich sage ich bin am weglaufen auch in die base ja gut der typ ist so heftig mann wir wollen nicht übertreiben aber im moment ist es noch relativ ausgeglichen finde ich so geht wir werden wahrscheinlich verlieren ja auch ein team wir schafft es jetzt dadurch zu waschen gegen meister jährlich hier meiner oder auch nicht wenn du weg rennst fertig sagt dann sind der falle der da vorne ich muss mich sagen aber auch nicht ich natürlich ich habe es dass ich 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 was sie hat gewerkt ich habe noch eine schlechte chance weil das leben noch aber jetzt mit die weg doch hatte ich ja schon angewendet halbes leben wieder voll die haben mich trotzdem noch gekriegt weiß gar nicht wie sie das schaffen der eine typ hier hat noch gar keine kills gemacht so wie ich das sehe da ist noch schlecht wir werden gerade gewascht und da bist du noch direkt dahin in die base da rechts runter ich habe eine große masse an diesen typen hier ok die haben trotzdem noch gekriegt na nee das ist ein tower ok ja gut und noch mehr oder die gegner haben den drachen gekriegt jetzt werden die alle heftig weil wir müssen jetzt den bärchen tötet ist wahrscheinlich und wo ist der und die laufen jetzt schon hin wo bist du eigentlich nach deiner mitte soll ich da hinkommen oder nicht gut keine antwort ist auch noch gut ich komme dahin was soll ich nicht sagen so weg oh gott ich gehe da ist so ein viel oh gott Kompär, ne brauchst du nicht. Ist noch gut. Ich bin verstummt. Und hast tot. Wo bist du denn? Ja, jetzt wieder in der Base. Und regge. Hab ich denn angegriffen? Äh, ich hab keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ähm. Ich denke keine Namen bei. Egal. Egal. Fuck. Kaufen. So, und wieder weiter. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Pauli. Immer noch 0-0. Oh, man. Oh, man. Oh, shit. Ja, das war gerade richtig behindert von mir. Ich wollte meine Ulti machen, obwohl sie noch gar nicht da war. Also ich konnte sie noch nicht benutzen. Ja, ich bin tot. Scheiße. Der Typ ist klar besser als ich. Die sind alle klar besser als ich. Ja, jetzt du. Wenn ich mit dir 3 gegen 3 spielen, da kannst du vielleicht ein bisschen besser spielen. Hm, wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich, oder? Dann müssen wir wahrscheinlich noch gleich ein paar Runden spielen. Ja, ich muss noch gleich ein bisschen mehr machen. Ja, ich muss noch mal. Oh Gott, ey. Gibt's echt nicht. Danke. Das ist echt unnormal. Innerhalb von einer Sekunde oder so bin ich low wie sonst was. Obwohl ich schon meine Ulti mach. Abstauber, Shithurensohn. Nicht solche Wörter hier. Ich komme jetzt wieder zurück. Aber auch nicht. Gleich bin ich dran, mach deine Ulti. Meine Ulti ist noch nicht frei. Ich kann ihn gut finden, weil ich bin gerade echt gefiedelt. Er ist in 8 Sekunden. Gibt deine Ulti für Master Yi aus. Okay. Die ist aber gar nicht so Ulti. Oh, wir haben einen Jibitor. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut. Das Ding hat er an der Seite, ne? Auf den Tower, nicht auf die Minions. Die Minions? Ich habe ihn, ich habe ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Ja. Come back. Ja, ich bin dabei. Oh Gott. Soll ich back gehen? Ja. Nein, ja, ich habe ihn gut. Ja, ich gehe trotzdem einmal back. Weil ich low bin wie sonst was. Oh Mann, ey. Alter, Verwalter. Hilf mir doch, Senior. Hilf mir doch, ich bin low. Tu nicht. Keiner will dir helfen. So ein Spasti, Alter. Was rennst du denn weg? Du bist doch gar nicht low. Warum geht dir in die... Er teleportiert sich ja auch so ein Spasti. Er macht dir einfach nach. Du... 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 Oh, Warbeck hat den Drachen gekillt. Jo, jetzt sind wir gut. Sind wir okay. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Ja, come back, komm her. Kann ich gerade nicht. Ich bin tot. Oh, die ist ein bisschen gefiedert, würde ich sagen. Oder sie hat ihre Ulti. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall killst du mich extrem schnell jedes Mal. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben? Zehn Mal. Zehn Mal bin ich jetzt schon tot gewesen. Läuft, würde ich sagen. Ist aber am Anfang normal. Trau mir. Komm, wir müssen... Wir müssen auf den hier jetzt gehen. Ja, kann ich erst in 15 Sekunden. Oh, Mann. Komm schnell, wir wollen deine Hilfe. Ja, ich komm. Bald ist Halloween. Jetzt kommst du da her, dann sterbe ich. Ja, ich komm da hin. Und wir holen uns den. Ja. Jetzt muss ich back. Ach so. Ich bin gerade da gewesen. Wir haben den Baron. Ist das gut? Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir safe gewonnen. Wir müssen jetzt aber alle rushen. Wir haben den Baron Buff. Das ist so krass. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber gut. Schau mal unsere Minions an. Ja, was ist mit denen? Guck dir die doch an. Alter, der hatte irgendeine Attacke, dass ich meine gesamten Attacken nicht benutzen konnte. Alter. Alter. Ich hab da echt keinen Bock mehr gerade drauf. Sehr gut. Oh, Mann, oh Mann. Ist der gut. In 5 Minuten 30 ist es vorbei, oder was? Nö, was. Wenn man Tab drückt, sind ganz oben solche Zahlen. Ja, da kommt wahrscheinlich der Drache wieder. Ach so, okay. Ach so. Damit kenn ich mich nicht so aus. Sehr gut. Im Moment sieht es so aus, als würden wir gewinnen, oder? Wir gewinnen auch. Ja? Dann hat sich das Lapp gewendet. Komm schnell rushen. Ja, ich beeile mich. Ja, mein Ass. Der gegnische Ihnen Neige. Oh, krasse Sache, wir gewinnen. Jo, wir haben schon safe gewonnen. Jo. Jo, Leute. Wie ihr seht, haben wir gewonnen, weil wir uns den Baron geholt haben. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.